Und zwar aus Nigeria ein Stück Happy Survival. Und ich muss es jetzt einfach erzählen, weil es die erste Möglichkeit ist zu erzählen. Ich werde es kaum glauben, diese Band, also Teil dieser Band, hatten just am Freitag der 13. in Paris einen Gig. Gleich um die Ecke. Und wir haben Soundcheck gemacht, weil wir hatten einen Late-Night-Gig um 12 Uhr. Und wir hatten einen Gast aus Paris, mit dem haben wir dieses Lied gesungen, eine Afrikanerin. Die konnte die Sprache Happy Survival gespielt, das Instrumental. Und wir haben das Inglesjahr von 9 bis 10 geübt, Happy Survival. Und dann haben wir aufgehört und dann haben wir erfahren, dass die Welt brennt. Aber wir spielen jetzt halt. Also hier geht's. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.